Hallo, mein Name ist Manuela Pichler von der Salzburger G. Wenn Sie Fragen zu unserem Energieshop haben, dann kommen Sie uns doch besuchen auf der Bauen und Wohnen in Salzburg. Wir freuen uns auf Sie. Wo wir mit Ihnen über das Bauen und Wohnen sprechen. Besuchen Sie uns auch heuer im Messezentrum am Stand der Salzburger G. Salzburger G. Wo Zukunft ins Leben kommt. Untertitelung des ZDF, 2020